Naja, haben wir es jetzt wenigstens endlich. Wir können dann endlich den gottverdammten Obdachlosen ja scheiß Ding geben. Also das ist ja wirklich so eine nervige Quest. Naja. Hä? Hä? Was? Oh! Nein! Okay. Ich weiß jetzt wenigstens, für was der Pfeil steht. Weil im ersten Teil war das ja für Majima. Ich war jetzt gerade verwirrt. Boah, hätte er mich jetzt erwischt, ne? Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe schon wieder 2 Millionen. Warte mal. Abilities? Gott! Also das kostet 30 Millionen Hilfe. fucking Mr. Shakedown, ey. Du warst 4. Ach so, okay. Ist halt automatisch. Wie lange ist das? Also das kostet 30 Millionen, wie wir auf dem Kühnen? Ich habe mir also meets, wenn ich kurz überrasch, weiß ich das. Oh, nein, ich weiß noch nicht. Du wirst schon mal ein paar Jahre alt persönlich. Aber das kostet 30 Millionen Euro. Ich habe das kostet 30 und pro 00.10. Dann kann ich mich noch niemals dann. Und dann Hearts das kostet 30. Ich habe es nur noch nie. Das ist guter, zu guter Letztes Champagner. Hallo? Das ist guter Letztes Champagner. 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 Das ist guter Letzt 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 Champagner. Okay. Nein! Aber ich glaube, dass Back is Training werde ich sogar wirklich, ähm... Das plane ich sogar wirklich zu machen, diese Quest, weil... Das ist halt Training und das klingt ganz gut. Ich meine, ich mache schon manchmal Sidequests, das wisst ihr. Aber... Ich höre auch manchmal einfach kein Bock drauf. Ich denke, ich würde die Story machen, weil dafür spielt das... also... auch. Oh! 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 Das war ein homerun. Was ist das? Ich habe mich etwas überrascht, aber ich wollte mich nicht verletzen. Ich bin... Ich weiß nur, was ich hier in der Tatjibana ist. Ich weiß nicht, dass die Leute hier in der Tatjibana sind. Ach, Oda. Hallo. Ich dachte eigentlich, er wäre ein Zero noch Teil der Yakuza. Oh, okay. Was ist der Kier? Ich habe keine Frage, was ich? Ich muss mich überlegen, ich hab mit dem Kollegen reden. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht überlegen würde. Ja, dann. Das war's für heute. Das ist wirklich ein Problem, was ich? Ja, das ist ja. Ich habe ein Problem, dass ich das Unternehmen für die Herrscher. Was ich? Das ist das, was ich, dass die Khamro-Pfrau vor dem Krieg zu werden. Und ich sage, dass die Herrscher hier ist, dass das Khamro-Pfrau der Khamro-Pfrau. Ich habe keine Ahnung, dass ich an die Khamro-Pfrau für die Khamro-Pfrau. Wo gibt es keine neuen Haupts Vielen Dank. Aber da ging es genau nicht so. Warst du Hakuha-Vil? Das internationale locations war einfach ein paar Lachen. Du hast auch der Theater of Stuk-Namase gesehen. Ich war auch kein Haken für die Verkundung. Wenn du sie vom Haus inspirationär in der Gefahr erstellt hast, Ich bin mit dem Anwalt in die Ich bin mit dem Anwalt in die, was ich ihn auswählen kann. Ich bin, ich bin an der Vorstellung von der Kassen. Ich kann nicht sagen, was ich so ehrlich sagen. Naja, das ist, dass ich ein Anwalt in dem Anwalt in der Kassenen Seite bin. Ich bin ein Akkott. Ich bin ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen mit der Tatjana. Ich bin ein bisschen mit dem ich in der Tatjana. Und so? Wie soll ich das mit meiner Tatjana? Ja, ich werde mal wieder mit dir sprechen. Ich werde mich überraschend erzählen. Ich denke, das ist ein Unternehmen von Tachibana. Ich denke, das ist ein Unternehmen von Tachibana. Aber warte mal, müssen wir gerade sowieso an der Sidecrest von dem einen vorbeilaufen, aber da können wir die eigentlich auch genauso gut abschließen. Das wäre halt ein ziemlicher Umweg, aber ich meine, wir könnten es ja nicht jetzt machen. Nein, kannst du nicht. Na gut, ich habe aber keine Waffen. Vertraue dem irgendwie nicht. Äh. Achso. Okay. Ihr? Hm? Super, er hat gerade gesagt, das ist das Einigste, was er kann. Und deswegen macht er es. Was, ich kann eine Freundschaft mit dem aufbauen? Ja, ich meine, an sich der war schon nett. Ich habe ihm erst so ein toughenes Z gegeben, weil ich erst mal dachte, er würde es klauen. Weil ich dachte, es wäre nur so ein Typ, der sich verkleidet als einer. Man weiß ja nie. Okay, Kirio. Okay. Was mag ich? Was. Ah, er hat steht, der nicht sanfte tuv join. Ja. Was. Wir machen uns ume zurück. Kontaktlinsen, ne. Hallo? Ich hab ja... Ich hab mich trainiert, aber... Okay, ich hol den Eintreiber wieder. Ich hab ja... Das ist der Gruseliger. Das ist der Gruseliger. Mysteriöser Auftragskiller. Es sind wieder so welche Knarren, dass die sich einfach paralysieren. Das ist der Gruseliger. 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 Bitte lass mich meinen Winter Ich habe nur mit Moves zu lernen können Das ist wenn jemand blockt dann kannst du einfach mit so einem Heatmoop gehen quasi das kenne ich glaube ich auch mal das zuschießt jetzt auch mal die sind ja ich auch mal heiß gewesen wenn wir haben so viel geld in diesem spiel ja ok weiß nicht ob man es unbedingt dreimal machen muss hätten hätte müssen aber ja 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 So, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Mal bei Yakuza Zero und ciao.